das Spiel speichert Spielstände automatisch und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar wie gesagt zu Rachi machen was ganz anderes außerdem müssen wir das eigentlich erst mal wieder von vorne anfangen ich habe das hier eigentlich erst mal noch ausprobiert um zu gucken wie das hier abläuft jetzt habe ich das Spiel ganz verlassen entschuldigung so ich habe es gefunden also hier kann man es löschen das da zurücksetzen bestätigen und dann fangen wir das ganze Spiel nämlich von neu an ich muss natürlich erst mal einmal das Spiel anmachen um einfach nur mal zu gucken wie das Spiel überhaupt ist und schauen uns erst mal das Anführungsvideo an This is the heart of our story Golu and Raji brother and sister and this was their whole world this one small carnival the other performers were their friends their only family this was home on that day before their performance Raji took her brother aside did you forget little brother she asked him and she tied a rakhi to his hand for it was the feast of Raksha Bandhan although it was a feast day they still had coins to earn so Raji walked on tight ropes and tumbled for the crowd while Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands a long long time ago a demon did penance for showing such devotion Brahma blessed him with immortality and a mighty weapon of all upon receiving he united the demons to wage a war upon receiving he united the demons to wage a war he killed her ruthlessly without thought this angered Shiva greatly and he stomped dividing the continents and the demons were forever lost but as he spoke the skies darkened and the earth shook and other figures dressed as demons strode through the crowd these were not masks this was not a child's tale this was not a child's tale as the demons turned to slaughter Raji tried to reach her brother he'd been hurt and he was scared and she knew she must protect him but in that moment Raji failed for the Garasura demons took Golu from her Raji awake my child und somit sind wir hier gelandet Golu Golu no also ein indisches Spiel eine indische Mythologie danke kurz sag mal das so schneller kann ich grad nicht laufen es ist mal ein ganz anderes Gameplay also sowas habe ich jetzt auch noch nicht aufgenommen ich bin echt mal gespannt wie es ist da hat mich so Mythologie generell sehr interessiert ähm habe ich mir gedacht das Spiel möchte ich auch in Let's Play bzw. würde ich generell einfach mal gern spielen einfach nur um die Geschichte mitzubekommen und ja deswegen spielen wir das jetzt mal erstmal nur diesen einen Teil ich will erstmal gucken wie es überhaupt ist und läuft was ist das das weiß ich selber nicht Raji ach jetzt kann sie rennen ok da sieht man eigentlich die Maus noch mit dazu weiß jetzt auch nicht ok sie ist so young sie ist so young sie ist so young remember remember schiwa's words it is so much weight to put on the shoulders of a mortal is this one strong enough enough time time will tell okay 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 ist so ein bisschen also so von der Lenkung her und sowas erinnert mich das logisch weil es ein bisschen an Diablo also Diablo 3 habe ich ja auch auf der Switch aber habe ich natürlich auch noch nicht Let's Played oder so aber erinnert mich so ein bisschen so daran eigentlich ist es gar nicht so mein Ding hier so am PC eigentlich ist es gar nicht so ein Ding hier so eine Grafik auf dem PC zu spielen aber ich habe mir gedacht wie gesagt durch diese Mythologie was mich sehr interessiert nehme ich dem Spiel eine Chance und ich meine an sich sieht es ja auch schön aus und ich meine an sich sieht es ja auch schön aus es ist wunderbar gestaltet nicht nur eine Chance aber ich muss mich sehr interessiert und ich kann mir da auch nicht so dass ich ja auch mal del So was passiert. Her brother and the other children had been seized by the Gadasura. I told her that she must be strong. Her journey would be difficult and full of unknowns. I blessed her with the Trishul, my most powerful weapon that Shiva had given to me. This, with Raji's own Serenity and strength, would save her brother. Okay. Okay. Da muss ich jetzt wohl lang. Gibt es hier denn Sammelobjekte? Man, bin ich mickrig. Keine Ahnung, ob es hier in dem Spiel Sammelobjekte gibt. Das war das Level Design, sieht schon mal sehr schön aus. Konflikt. She has no Serenity. Her heart rules her head. She walks boldly into a dark cave. She leaps Gasos. She stands fearless before a goddess. deine gott zweifelt noch an mir gerne noch nicht das sieht aber schon schön aus kann man kann man quasi nicht bewegen was gibt es hier habe ich gebetet habe ich gebetet alter okay Es gibt Feuer in ihr. Ja, es muss geimpft werden. Aber ohne dieses Feuer, hätte sie bereits geblieben. Oh, man kann klettern. Okay. Viele Mordere würden nicht genug klettern sein. Unsere Argi hat keine Angst vor Höhen. Schau! Ich habe noch gar nicht geklettert. Warum wollt ihr das wissen? Okay. Okay. Weiter geht's. Runterfallen können wir anscheinend sowieso nicht. Also zumindest, ich meine hier jetzt mit sicher schon, aber ich meine jetzt, wenn wir irgendwo auf der Platte sind, quasi runterlaufen, funktioniert nicht. Ich will also die Kamera drehen mit der Maus. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich bin auch mal gespannt. Kann auf jeden Fall sehr weit springen. Ja, ich bin auch mal gespannt. Spitzender, die wir mit der Schuhe haben. Ich bin auch mal gespannt. Wie ist das? Ich bin auch mal gespannt. von Brahmann, Vishnu, und Shiva und würde sie helfen, gegen ihre terrible foe. Aber es war auch eine große Verantwortung. Für sie würde es, sie würde sie stärken, courage und belief. Ah, da haben wir jetzt unser Dreizack, guck an. Aus dem Bauch bin ich, glaube ich, gerade rausgekommen. Auf geht's auf jeden Fall nicht mehr. Was haben wir hier, eh? Haben Sie von Ihnen meinen Bruder gesehen? Der andere Bart. Geh, jetzt, bevor sie zurückkommen. Okay, die gehen da durch so ein Loch. Kann ich da auch durch? Nee. Okay, wo geh mal... Wo geh mal lang. Wo gehst du ihn? Poor child. Sie wird einen Weg finden. Ja, ich finde einen Weg, mit Sicherheit. Ich wollte noch nicht direkt schon mal den richtigen Weg gehen, was ich das direkt gemacht hätte. Ich weiß es ja nicht. Also haben sie wirklich schön Mühe gegeben hier von der Weltgestaltung. Ich würde mich nur gerne umgucken können, damit ich weiß, wo ich lang muss und wo nicht. Was haben wir hier? Von keiner Seite hier irgendwas? Okay, was ist das? Why are you doing this? GOLU! GOLU! Keine Sorge, Rashi, wir bekommen den schon noch wieder. Okay, das war einfach nur für eine Videoszene hier. Immerhin. Wir hätten mal verpasst werden, wenn wir nicht hier runtergekommen. Das ist doch schon mal etwas. Okay, wollen wir kämpfen. Okay, wollen wir kämpfen? ich muss sie antippen oder was die wenkung ist wirklich komisch ja 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 this door is weaker than the other and the issue is the most versatile weapon man kann also auch werfen und das ist schwierig das war mit der mausarbeit so wer hat das so nix warte um der das so nix Oh, 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 oh. Okay, let's bring us more of you. Okay. That's something. This will be foolish enough to let you so close. Wo steh ich die denn rein? Okay. Ein Wandsprung. Was ist das? Sie ist ein Circus-Performer, Al-Raji. Sie sehen, was sie tun kann. Okay, so weit fliegt da wirklich. Interesting. Also, die Kampfstellung ist nicht gerade leicht, würde ich sagen. Hier rutscht die da so runter. Okay. Okay. Ich glaube, ich sterbe. Wollte auch nicht. Okay, ich wollte das Schwierigste sagen, was mir das jetzt gebracht hat. Also, das hier. Ich meine, interessante Waffe auf jeden Fall. Aber was hat mir das... Wo ist jetzt nicht, was der Sinn dahinter war zwischen dieser Attacke? So, was haben wir hier denn überhaupt so? The Mandalasha was each person in their fast. There is always a purpose to such visions. Okay. Steuerung, Leertaste. Ich habe es jetzt nicht gerade. Ich glaube... Ah, so rum muss ich es machen. Okay. Dann machen wir es so rum. Oh! Es ist mir selbst und Kulu. Er futtert, wir machen Essen. Okay, die Sachen können wir auf jeden Fall nicht kaputt machen. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Amrit Bound. The golden nectar. The fruits of a demon kill. Die Frucht der demon kann. Aha, okay. Und es geht nur einmal, oder was? Okay, mehr scheint es hier wohl nicht zu geben, oder? Ah, jetzt ist das Tor offen. Oh Gott. Achso, ich soll den anderen knapp drücken. Okay, gut. Okay. Okay. this is mir, vielleicht ist mir Thema. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hm ich erwarte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott. da lacht er mich voll aus unfassbar der gar kein kunst wie gesagt also das kampfsystem ist gewöhnungsbedürftig auch überhüpfen geht nicht auf jeden jeden platz hier aber hier ist geht es an jeder und geht an jeder war nicht nur da wo blumen sind okay jetzt muss ich alles gelände das habe ich doch gemacht ok der ist einfach mal so explosiert ja gut man kommt so ein bisschen dahinter oder also es langsam funktioniert es doch ganz gut hier ich weiß nicht ob ich anbinden oder aus sammeln objekte erstmal nein entscheidend bis jetzt noch keine gefunden das muss natürlich zuerst mal bevor sie weiterkommen was ist da jetzt passiert um Oh, da, da, da. ich wollte mal gucken ob ich noch mal so diese eine attacke machen kann aber okay Oh, was du? Oh, genau. Okay, doch. Okay, laden wir uns noch einmal auf, bitte. Danke. Okay, worauf dann? Mir ist übrigens aufgefallen, wir konnten kein einziges Mal bis jetzt den Schwierigkeitsgrad wählen, also es gibt wohl nur einen einzigen Schwierigkeitsgrad, Standard in der Hinsicht. Schau mal, bin ich ja mal gespannt, wie schwer das da wird oder wie leicht. Schau hier, Durga. Sie haben deine eigene Geschichte getötet. Einmal E. Ah, Mahishasura, der Schäfschifter, der Buffalo-Dämon. Einmal Erein, der Schäfschifter, der Schäfschifter, der Schäfschifter, der Schäfschifter, nicht ohne ihn, du würden nicht sein. Das ist der Moment, wenn er den Böden der Brahmann wurde. Kein Mensch kann ihn töten. Okay. Okay. Das ist der Moment, der Schäfschifter, der Buffalo-Dämon. The Buffalo-Dämon. Kein Mensch kann ihn töten. Und hier sah Mahesha Sura die Himmels, unkötigbar, verletzt und alle Devas und sogar Indra selbst. Und gegen die eigenen Götter, von denen sie die Macht bekommen haben, angegangen. So kommt mir das irgendwie so vor. Okay. Was haben wir hier? Your birth, Durga. The Devas knew it was their only chance to create a being capable of destroying their foe. All their power focused into one body, gifted with all their weapons. I wonder what your first thoughts were? Okay. Interessant ist es auf jeden Fall gut. You forced him back. I remember it well. You on a lion's back, leading the battle line. The Devas flocking behind you, inspired with new courage. Mahesha Sura at bay, forced to take his true form. The monstrous buffalo, stabbing and blowing, crushing warriors with his hooves and throwing them into the air with his great horns. The killing blow struck with the thrishul in your hand. There was no fear on your face, although Mahesha Sura had shaken the heavens themselves. The battle light in your eyes, determination on your brow. I knew then what the Devas had made. And I knew then what change you would bring to our world. From evil comes great good. Such is the balance of the world. Hmm, okay. In allem steckt etwas Gutes. Selbst im Bösen, ne? In der Hinsicht. Durch das Böse entsteht etwas Gutes. Was jetzt nicht so heiß, dass das Böse etwas Gutes wird. Na, aus dem Bösen entsteht etwas Gutes. Sehr interessant. Das ist, wie wenn ich immer sage, in allem was einem negativ erscheint, gibt es einen Grund dafür und irgendwann erfährt man diesen Grund oder kommt da dahinter und im Prinzip ist es doch etwas Positives und nichts Negatives gewesen. Einmal lehrt hast du, okay. Das ist interessant. Okay. Ui. Das speichert, glaube ich, die ganze Zeit, oder? Was ist es? Was ist das ein? Okay. Das ist ein? Das ist ein? als das noch mal irgendwie so ich glaube wir machen wir noch hier den teil und dann war es das erst mal heute das kann ich wie lange ich jetzt schon dabei bin ich muss ins bett ja das habe ich doch okay jetzt schaffen was jetzt muss es schaffen ja die sticht immer das allerwerteste was soll das so wie man mich kennt jetzt gar nicht drüber eine lotusblume ist auch ein chakra oder das ist ein chakras symbolisieren wir gucken uns hier erst mal oben ob sie überhaupt irgendwas gibt zu sammeln so dann gehen wir da jetzt noch ruf und das war es so wie dann bildniss zusammen hat wohl bestimmt Oh, das baut dann quasi alles wieder auf, ne? Wenn wir anders hindrehen hätten, wäre wohl doch besser gewesen. Hey! Interessanter Bau! The tree showed Raji a vision of Golu. Of dark clouds and a gathering storm, threatening destruction on the world. And behind it all, a being of great power and malice. The road is open to the fortress of Jedar. She is indeed strong, Durga. She is. I hope she is strong enough to bear what she finds inside. Oh, was ein schöner Garten hier. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's jetzt für heute. Danke also fürs Einschalten und fürs erste Mal mit Zuschauen. Ob wir das Kämpfen noch gut meistern werden, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall finde ich es sehr interessant und werde es dem natürlich auch noch weiterspielen. Musik könnte sich ruhig ein bisschen öfter mal ein bisschen mehr ändern. Aber das gehört da zu diesem Flair mit dazu. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht weiter. Und ich würde einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen bei Rajit. Weiter weiß ich nicht mehr. Er steht in dem Titel, ne? Also von daher. Danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Zeigt mir, dass ihr vielleicht in der Hinsicht mehr sehen wollt. Ihr dürft auch gerne mal die Kommentarfunktion nutzen und irgendetwas schreiben, was vielleicht mit diesem Spiel zu tun hat. Oder was ihr gerne wissen möchtet. Wie auch immer. Ich würde mich freuen und werde natürlich auch dementsprechend darauf reagieren, sobald ich Zeit habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Let's Play. Beziehungsweise hier beim nächsten Teil. Wie auch immer. Oder auch bei meinen anderen Let's Plays. Ich habe ja schon so viele bei mir. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns wieder. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Euer von Neuer YouTube. Let's Plays als Hobby. Bis dann.